Hallo, ich bin Hussein Eren von TOS Osdorff und Hamburg Panthers und ich stelle euch jetzt meinen Top 3 Trainer vor. Und zwar auf Platz 3 habe ich Piet Wiede, ein guter Freund von mir, ein super Trainer, nett zu mir, verstehe mich super mit ihm und ist auch sehr engagiert. Auf Platz 2 habe ich Stefan Kofall, habe ich schon der A-Junker gehabt, habe mich dann mit in die Erste Herren hochgezogen, habe viel von ihm gelernt, ist ein sehr netter Mensch und mit ihm zusammen habe ich dann auch auf Platz 1 Onur Ulusoy, der mich auch mit in die Landessiega damals hochgezogen hat, auch von Hamburg Panthers ist er da mein Trainer, auch privat mit ihm bin ich sehr gut, deswegen verstehe ich mich super mit ihm und auch ein super Trainer, auch ein exzellenter Fußballer und das war's, danke. Das war's, danke.